Ständiges Auswendiglernen und lange Skripten lassen einen oft schon vor der Prüfung verzweifeln. Die Vorbereitungen bestehen aus stundenlangen Büffeln und Zusammenfassen, um bei der Prüfung dann alles auf einmal wiedergeben zu können. Was wäre, wenn es eine Möglichkeit geben würde, spielerisch hunderte Fragen gemeinsam mit den Mitstudierenden zu lösen? Was wäre, wenn es eine Möglichkeit geben würde, wie Lernen Spaß machen kann? Was wäre, wenn es im Moodle eine Möglichkeit geben würde, gegeneinander ein Quiz zu spielen? Was wäre, wenn dieses Quiz rundenbasiert und asynchron funktionieren würde? Was wäre, wenn du mit diesem Quiz in deinem eigenen Tempo lernen könntest? Was wäre, wenn du dieses Quiz jederzeit mobil von überall spielen kannst? Also ich sehe als Hauptvorteil für die Studierenden, dass wir mit QuizDuell wegkommen von dieser Prüfung am Ende mit kurzfristigem Lernen, kurzfristig Wissen abrufen und genauso kurzfristig wieder vergessen. QuizDuell hat ganz aber die Möglichkeit, auch über längeren Zeitraum zu spielen und sich länger mit einem Stoff auseinanderzusetzen und das Ganze auch nicht nur jetzt in den Kontext, in dem man normalerweise lernt. Ich kann auch zu Hause am Abend mal während dem Essen spielen zum Beispiel. Und wenn es um Faktenwissen geht, hilft ganz einfach Wiederholung. Und ich wiederhole es ganz einfach öfter, oder die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass es öfter wiederholt wird, als wenn ich es von Folien oder Skripten alleine runterlese. Und es macht hoffentlich auch mehr Spaß oder grundsätzlich einmal Spaß. Also ich sehe den Vorteil im Quiz darin, dass es keine einzelne Leistungsabnahme ist, sondern dass man das Quiz über einen längeren Zeitraum machen kann und quasi öfter wiederholen kann, um die Leistung nicht an einem Punkt abzufragen, sondern eben über einen Zeitraum und sich man das so besser merkt als bei einer Einzelprüfung. Studierende können entweder ein Trainingsspiel starten oder mit Studierende zu einem Duell herausfordern. Jedes Spiel besteht aus vier Runden, in denen drei Fragen beantwortet werden müssen. Vor jeder Runde wird eine Kategorie, meist ein Vorlesungsschwerpunkt, gewählt. In einem Duell wählen die Duellanten abwechselnd. Auch die Fragenbeantwortung erfolgt abwechselnd pro Runde. Wenn zum Beispiel ein Studierender in einem Duell eine Frage falsch beantwortet und sieht, dass sein Gegenspieler die Frage richtig beantwortet, freut er sich umso mehr, wenn er in der folgenden Runde die Oberhand behält. Damit die Studierenden neben dem ganzen Duellieren den Überblick über ihre bereits erreichten Punkte behalten, können sie die Statistikseite nutzen. Dort sehen sie, wie viele Punkte sie insgesamt erreicht haben und wie ihre Erfolgsquote in den einzelnen Kategorien ist. Für den Fall, dass sich Fehler in die Fragen eingeschlichen haben, gibt es außerdem eine Feedbackfunktion, mit der die Studierenden nach der Beantwortung der Frage schnell und einfach den Lehrenden eine Nachricht zu der Frage schicken können. In der nächsten Vorlesung können diese Anmerkungen dann besprochen und beim nächsten Quiz berücksichtigt werden. Damit die Studierenden überhaupt ein Quiz starten können, muss im Moodle-Kurs eine entsprechende Aktivität erstellt werden. Einer Aktivität müssen natürlich Fragen zugewiesen werden. Diese können einfach aus dem bestehenden Moodle-Fragenpurs entnommen werden. Falls externe Fragenpools existieren, kann dafür der umfangreiche Moodle-Fragenimport verwendet werden. In einer Aktivität müssen die Lehrenden zusätzlich einstellen, wie lange ein Quiz für die Studierenden verfügbar sein soll und wie lange der Trainingsmodus aktiv ist. Je nach Lehrszenario können außerdem verschiedene Punktsysteme eingestellt werden. Für Prüfungsleistungen eignen sich zum Beispiel das einfache Punktsystem ohne Minuspunkte. Während das Quiz läuft, können die Lehrenden den aktuellen Punktestatus in der persönlichen Moodle-Ansicht einsehen und behalten damit mühelos den Überblick. Also meine Erfahrung mit Vistuell war ja extrem positiv, nachdem ich vorher immer Multiple-Choice-Tests gemacht habe, mit denen ich eigentlich nicht wirklich zufrieden war und nach dem ersten Mal Quistuell dann auch überprüfen wollte, ob es funktioniert und wie gut es funktioniert und dann bei einem Teil der Studierenden ein paar Monate später ein paar Fragen in einem Rahmen einer anderen Vorlesung nochmal gestellt habe. Und das Ergebnis war eigentlich besser als das Prüfungsergebnis im Schnitt vom Multiple-Choice-Test, den ich davor gemacht habe. Also so gesehen bin ich sehr zufrieden damit. Im Endeffekt ist es für uns Studierende eigentlich eine wahnsinnig gute Möglichkeit, das Ganze nicht nur spielerisch zu lernen, sondern dadurch, dass wir auch die Kollegen herausfordern, hat man einfach dauernd den Anreiz, das zu wiederholen und wiederzulernen. Und ehe man sich versieht über die Zeit, hat man so oft wiederholt, dass man es wirklich verinnerlicht hat und anwenden kann. Und das ist einfach ein unglaublicher Mehrwert. Und das ist einfach ein unglaublicher Punkt. 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 Vielen Dank.